Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Heute mal ein ganz allgemeines Video zum Thema Libertarismus und Liberalismus. Diejenigen, die meinen Kanal hier schon ein bisschen länger kennen, die wissen ja, dass ich mich als Libertär bezeichne. Manchmal sage ich auch ganz mit den Augenzwinkern, dass ich ein böser Raubtierkapitalist bin. Und warum ich diese Meinung vertrete oder diese Weltanschauung, erfahrt ihr in diesem Video. Ja und dazu habe ich hier ein paar Folien vorbereitet und zwar wollen wir auch direkt anfangen mit der Autodemokratie. Das ist einfach mal ein kleines Gedankenexperiment. Stellt euch einfach mal vor, wir leben in einer Autodemokratie, wo demokratisch darüber bestimmt, welches Auto produziert wird. Man bestimmt dann demokratisch, welche Farbe das Auto hat, welche Motorisierung, wie groß es ist und was es kostet. Natürlich in so einer richtigen Demokratie gibt es dann auch ganz viele Lobbyverbände und Lobbyisten, die dann versuchen, dass ihre Produkte dann zum Zug kommen. Und wir haben auch viele Interessenverbände, wie zum Beispiel Fridays for Future, die dann das Auto besonders klimaneutral gestaltet haben. Ja und dieser Autodemokratie sagt dann jeder, okay, unser System, wir das haben, ist vielleicht nicht ideal, aber es gibt doch kein besseres. Die Alternative wäre für diese Leute dann entweder nur ein Autokönig oder eine Autodiktatur, wo dann zentral planerisch bestimmt wird, welches Auto produziert wird. Aber das, dass jeder zum Händler hingehen kann, wo er dann zwischen verschiedenen Modellen, zwischen verschiedenen Farben, zwischen verschiedenen Preiskategorien wählen kann, das ist für die Leute in dieser Autodemokratie hier eigentlich total bizarr. Man kommt gar nicht drauf, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, ihr sagt jetzt natürlich, okay, was kommt da mit diesem Gedankenexperiment? Und in genau so einem System leben wir gerade. Man muss halt einfach nur das Auto durch staatliche Leistungen und Aktivitäten ersetzen und dann ist das genau das System, wo wir uns gerade befinden. Demokratie wird natürlich bei uns immer ganz groß hoch gehalten. Wir leben in einer demokratischen Gesellschaft. Die demokratischen Grundwerte unserer Gesellschaft, das ist halt super, super wichtig. Aber ich sage immer, Demokratie ist eigentlich nichts anderes als, ja, Mob Rule, dass halt man einfach, ja, dass die Mehrheit entscheidet und die Mehrheit hat leider nicht immer recht. Dazu später nochmal mehr. Und ich sage immer, Demokratie ist eigentlich nichts anderes als, dass man einen Blankoscheck für die nächsten vier Jahre ausstellt und in den nächsten vier Jahren man die Politiker somit legitimiert, mit einem zu machen, was man möchte. Man stimmt halt diesem System zu. Ja, da gibt es dann natürlich auch viele Sachen, die in einer Demokratie die Mehrheit wahrscheinlich nicht so entschieden hätte. Wenn man zum Beispiel die umlagefinanzierte Rentenversicherung anschauen, da wurde es ja damals auch von den Politikern beschlossen, dass die jetzt umlagefinanziert ist. Oder wir sehen einfach, wir haben allgemein schlechte und überteuerte Sozialsysteme. Oder zum Beispiel Hartz IV ist ja auch immer wieder in der Kritik. Dann sehen wir, was gegen den Willen der Bevölkerung eingeführt wurde, war der Euro oder auch die Euro-Rettung. Ich meine, wer will schon, dass sein ganzes Geld für Bankenrettung oder irgendwelche Konzernrettung ausgegeben werden. Dann sehen wir natürlich auch, dass die Bundeswehr Auslandseinsätze macht. Das würden, glaube ich, die meisten Deutschen auch nicht toll finden. Oder wir sehen Atomausstieg, wo jetzt milliardenschwere Schadensersatzforderungen auf die Bundesregierung zukommen. Die Flüchtlingskrise, okay, wer weiß, vielleicht hätte es da auch eine Mehrheit gegeben. Aber ich glaube, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, dann würde es da für die Politik keine Mehrheit geben. Oder jetzt auch gerade für die Corona-Maßnahmen, dass es da einen harten Lockdown gegeben hat mit der Maskenpflicht. Ich weiß nicht, ob die Leute das allgemein befürworten würden, wenn wir keine Demokratie hätten. Ja, und ich habe hier stehen, Demokratie versus Monarchie. Hans-Hermann Hoppe hat hier in seinem Buch ganz schön ausgeführt, Demokratie der Gott, der keiner ist. Da vergleicht er die Demokratie mit einer Monarchie und sagt, die Monarchie ist sogar noch besser. Weil in einer Demokratie, da herrscht die Illusion, dass jeder Politiker werden kann. Jeder kann eine Partei gründen, auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte. Dann sagen die, ja, wenn du doch so unzufrieden bist, dann gründ doch selbst eine Partei. Und das ist es halt einfach. Jeder denkt, er kann mitmachen. Dabei da natürlich irgendwas zu verändern in diesem System ist extrem schwierig. So in einer Monarchie ist es ganz anders. Da weiß der Monarch, da weiß der König, wenn er eine falsche Entscheidung trifft, dann hat er dieses Königreich irgendwie an seine Nachfolger weiterzugeben. Und er möchte natürlich auch, dass dieses Land weiterhin in einem guten Zustand ist. Ich meine, wenn wir auch sehen, wie viele Politiker kinderlos sind. Insofern, wer keine Kinder hat, ob er da überhaupt groß an die Zukunft denken kann. Und insofern gibt es da viele Gründe, wo man sogar sagen kann, dass eine Monarchie besser ist als eine Demokratie. Ich will auch noch mal ganz kurz den Klappentext vorlesen, was Hans-Hermann Hoppe da so schreibt. Demokratie, so der Autor, begünstigt Kurzsichtigkeit, Kapitalverschwendung, Verantwortungslosigkeit und moralischen Relativismus, fördert Umverteilung, Rechtsunsicherheit, Egalitarismus und Demagogentum und führt zu einem drastischen Anwachsen der Staatsmacht. Der Staat wird zum Moloch, der sich nicht nur ständig mehr Funktionen anmaßt, sondern per Geldvermehrung und Steuern auch immer hemmungsloser Umverzeihlt und Privateigentum enteignet. Das ist auch Hans-Hermann Hoppe hier eine klare Buchempfehlung. Er hat auch ein kurzes, knappes Buch, Wettbewerb der Gauner, wo er so seine Hauptthesen einfach noch mal kurz und knapp erklärt. Das ist für mich eigentlich auch immer so ein gutes Einstiegsbuch. Und wie ungerecht diese Demokratie ist, kann man schön an dem Beispiel mit einem Schwimmbad verdeutlichen. Wir stellen uns einfach mal vor, es gibt zwei Menschen, der eine sagt, okay, ich schwimme gerne, ich gehe dreimal die Woche schwimmen und der Bade, der Schwimmbadbetreiber, der verlangt 20 Euro für die Tickets, der sagt, okay, das ist mir zu teuer. Und dann geht er zu seinem Freund hin, der nicht Schwimmer ist, der gar nicht schwimmen kann, der nie in dieses Schwimmbad geht und der sagt, du gib mir bitte 10 Euro dazu, das ist mir zu teuer. Natürlich sagt der Freund dann, hey, warum soll ich dann für deine Ausgaben bezahlen, wenn du gerne schwimmst, zahl doch gerne die 20 Euro selbst. Das heißt also, jemanden anderen dazu zu zwingen, für seinen eigenen Spaß sozusagen zu bezahlen, ist unmoralisch. Aber wenn man jetzt gerade den Weg geht und sagt, wir machen jetzt eine Volksentscheidung oder halt einfach das demokratische System, wo wir es haben, was wir jetzt haben. Ja, und wenn etwas zwischenmenschlich unmoralisch ist, dann denken viele immer, dadurch, dass man wählen geht, dadurch wird es dann moralisch. Das ist mal angenommen, es wird eine Partei geben, die antritt und sagt, wir wollen ein Schwimmbad bauen. Und wenn man dann wählen geht, letztendlich zwingt derjenige dann mit seiner Wahl, zwingt er über den Umweg der Politik, zwingt er seinen Freund, dass er dann doch diese 10 Euro dazu steuert. Natürlich, beim Staat ist es so, dass bei diesen 10 Euro, die der Staat dann eintreibt, natürlich noch ganz viele Verwaltungskosten rankommen. Also höchstwahrscheinlich ist es so, dass es in einer Demokratie dann das Ticket in einem Freibad nicht 20 Euro kostet, sondern 25 oder 30 Euro. Also insofern, Demokratie ist unmoralisch, weil man gibt ein Recht ab an den Staat, was man selbst nicht hat und das ist, seine Mitmenschen zu zwingen. Ja und anstatt dieses Schwimmbad durch den Staat bauen zu lassen, kann man natürlich auch ein Unternehmen nehmen, wo das Unternehmen dann sagt, wir sehen, es ist eine große Nachfrage da, wir haben das alles durchgerechnet. Wir können da ein Schwimmbad profitabel betreiben, wo dann jeder nur dafür zu zahlen hat, der dieses Schwimmbad auch nutzt. Hier in Hamburg zum Beispiel, hier gibt es auch private Freibäder, ich glaube Ariba in der Norderstedt ist da so eins, aber in Hamburg, da gibt es Bäderland, diejenigen die Bäderland kennen, natürlich teilweise haben sie wirklich auch sehr schöne Bäder. Aber ich weiß aus verlässlichen Quellen, dass Bäderland einen sogenannten Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadt Hamburg hat. Das heißt, die machen jedes Jahr ordentlich Verluste und diese Verluste werden durch Steuergelder ausgeglichen. Das heißt also, wenn man bei Bäderland hingeht und 8 Euro für ein Ticket bezahlt, zahlt man tatsächlich 16 Euro dadurch, dass man mit seinen Steuern diese Leistung noch zu bezahlen hat. Und natürlich ist es auch so, wenn die Kosten transparent sind, wenn der Schwimmer dann sieht, es kostet 16 Euro, wird er sich das dann auch ganz genau überlegen. Und das ist auch gerade Demokratie. Dadurch, dass wir ganz viele Steuern und Zwangsabgaben haben, weiß keiner mehr genau, was das alles kostet und kann dementsprechend auch keine richtigen Entscheidungen treffen. Dazu aber gleich nochmal mehr. Ja, hier wollen wir uns einfach mal die staatlichen Leistungen anschauen. Da haben wir als erstes die Sozialversicherung. Der Staat sagt immer, wir sind für dich da, wir sorgen dafür, dass du Rente bekommst, dafür, dass du Arbeitslosenversichert bist, dafür, dass wenn du krank wirst, da haben wir auch eine gesetzliche Krankenversicherung. Und wir sehen natürlich zum Beispiel bei der Rentenversicherung, da ist das Rentenniveau jetzt 47 Prozent mittlerweile, soweit ich weiß. Das heißt, man zahlt ein Leben lang in diese Versicherung ein. Und wenn man dann herausbekommen will, dann landet man in Altersarmut. Ich sage halt immer, der Staat ist eigentlich der größte Betreiber von Schneeballsystemen. Jeder private Anbieter, der so ein System einfach bewerben würde, jeder private Anbieter, der so ein System durchführen würde, wo man viel mehr einzahlen muss, als man wiederbekommt, der würde schon längst im Gefängnis sitzen. Aber bei dem Staat, da wird das natürlich als besonders, besonders fürsorglich und als fortschrittlich verkauft. Ja, man muss sich natürlich auch einfach mal fragen, was das für eine Gesellschaft bedeutet, wenn man so eine Vollkaskoversicherung hat, wenn man durch den Staat gegen alle Risiken abgesichert ist. Roland Bader sagt ja immer so schön, der Staat behandelt die Menschen eigentlich wie Kinder. Er lädt die dazu ein, eine zweite Kindheit zu durchleben. Das ist ja auch als Kind, da sind die Eltern, die sorgen dafür, dass immer Essen auf dem Tisch steht. Die sorgen dafür, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Und das ist eigentlich mit dem Vater startet, mit Mutti, Merkel genauso. Man sieht auch immer, was da für eine Terminologie benutzt wird. Und natürlich führt das alles dazu, wenn man so eine Vollkaskoversicherung hat, dass man wenig Verantwortung für sich selbst übernimmt. Und dass es natürlich dann dazu führt, dass man immer mehr Menschen hat, die einfach nicht wirklich eigenverantwortlich handeln können. Was gibt es noch für staatliche Leistungen? Es gibt das Bildungssystem. Beim Bildungssystem sage ich auch immer, für mich ist das letztendlich nichts anderes als Indoktrinationsanstalten. Ich bin selbst Master of Education, hätte Berufsschullehrer werden können. Aber das ist natürlich so in den Schulen, da werden heute ziemlich viele Ideologien verbreitet, antikapitalistisch, Klimawandel, Gender, Multikulti und so weiter. Und natürlich werden so dann die Schüler schon zu höherigen Staatsbürgern herangezogen. Und wenn man sich auch die Lehre anschaut, was heißt es, wenn du einen unbefristeten Job hast, wenn du unkündbar bist? Das führt natürlich dazu, dass die ganze Motivation verloren geht. Meiner Meinung nach ist es halt so, dass Lehrer, man sieht es ihnen auch einfach oft an, dass sie Körperpflege nicht so gut betreiben, dass sie vielleicht auch sich nicht gerade so modisch anziehen, dass sie halt einfach so diese, wie sagt man, diesen Drive, diesen Willen, was zu schaffen, verloren haben. So, das hat natürlich auch mit dem System zu tun, wenn man natürlich jetzt mal Vorgaben von oben bekommt, wenn man gut ist, wenn man sich Mühe gibt, irgendwie die Schüler mitzureißen, dann wird man nicht viel besser bezahlt als derjenige, der immer nur irgendwas vorlesen lässt oder seit 10 Jahren das Gleiche macht. Ja, Schule kann man auf jeden Fall auch länger drüber reden. Ich habe da auch mal hier eine Playlist, habe da mehrere Videos zu gemacht. Ansonsten haben wir auch die Straßen, da heißt es ja immer, wenn ich sage, es geht auch alles ohne Staat. Wer baut denn dann die Straßen? Ich meine, ja, in Berlin sagen sie zum Beispiel ganz öffentlich, dass sie da die Ampelschaltung und die Baustellen so schlecht koordiniert haben, dass die Menschen dazu übergehen, die Öffis zu benutzen, den öffentlichen Nahverkehr. Das ist natürlich auch wieder so eine Art Zentralplanung, wo ich mir sage, ich zahle Kfz-Steuern, ich zahle für die Straßen. Dann möchte ich natürlich auch eine gute Leistung haben, aber das ist natürlich, ja, gehe ich gleich nochmal bei GEZ drauf ein. Denn jedes Mal, wenn das Geld per Zwang angezogen wird, muss man natürlich keine gute Leistung bringen. Oder auch wenn du das auf der Autobahn siehst, auf der Autobahn dauern Baustellen, dauern Geschwindigkeitsbegrenzungen, anstatt dass da auch 24-7 gearbeitet wird. Nein, so ist es zumindest immer, wenn ich durch Baustellen durchfahre, dann sehe ich da so gut wie nie irgendjemanden arbeiten, egal ob es Tag oder Nacht ist. So, ein privater Straßenbetreiber, der würde sagen, wir müssen sehen, dass hier unser Produkt genutzt werden kann. Nur dann bekommen wir Geld und deswegen möchten wir auch, dass die Straße möglichst immer gut gewartet ist, dass Baustellen möglichst schnell durchgeführt werden, weil es geht da einfach um Geld. Dann haben wir das staatlich manipulierte Geldsystem. Da sage ich auch immer, Henry Ford hat schon Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt, wenn die Menschen unser Geldsystem verstehen würden, dann hätten wir eine Revolution noch für vormorgen früh. Da sehen wir auch durch die Zinsmanipulation, durch das Gelddrucken oder Geld im Umlauf bringen. Wir sehen jetzt, Staatsanleihen werden immer mehr von der EZB gekauft, steigt die Geldmenge dann. Und wenn die Geldmenge steigt, dann führt es zu Inflation. Und Inflation ist natürlich die versteckte Steuer. So, zum Geldsystem habe ich auch eine Playlist, schaut auch gerne rein. Eine andere staatliche Leistung ist auch die Sicherheit. Da ist es natürlich auch so, Sicherheit ist natürlich sehr subjektiv. Der eine sagt, ich möchte halt einfach nur, dass wenn nachts ein Einbrecher bei mir vor der Tür steht, dass wenn ich die Polizei rufe, dass sie möglichst schnell da ist. Die anderen sagen, ich hätte ganz gerne, wenn die viermal die Woche Streife fahren oder viermal am Tag, viermal die Nacht Streife fahren. Oder wenn man auch sieht, man hat bei Wohnungseinbrüchen, hat man glaube ich eine Aufklärungsquote von nur 12%. Da ist natürlich auch Geld per Zwang angezogen und man hat keinen Anspruch auf eine vernünftige Leistung. Oder jetzt auch die Krawallnächte in Stuttgart und Frankfurt, wo das Partyvolk oder die Partyszene da unterwegs war. Ja, ich glaube, wäre Sicherheit in privater Hand, dann hätte man da auch nicht so viel zerstören können. Dann wäre das alles nicht so ausgeartet. Dann haben wir da die Rechtsprechung in staatlicher Hand. Hans-Hermann Hoppe sagt immer, der Staat ist der Letztentscheider bei allen Konflikten, auch die Konflikte, die ihn selbst betreffen. Insofern, wenn man natürlich auch den Staat verklagt, ich glaube im öffentlichen Recht, da kann man glaube ich nur mit einer Quote von 10, 15% gewinnen. Oder jetzt auch zum Beispiel, wenn man gegen Staatsanleihenkäufe den Staat verklagt oder wenn man die GZ verklagt. Natürlich, man verklagt das immer beim Staat selbst. Und insofern ist er dann niemals tatsächlich unabhängig. Man sieht ja auch, die Richter werden alle von der Politik ernannt. Jetzt haben wir ja gerade auch beim Bundesverfassungsgericht, haben wir da eine antifa-nahe Dame. Bei Telegram habe ich da ein bisschen was zu gepostet. Ja, Rechtsprechung, da habe ich auch ein schönes Video mit David Dürr, Recht statt Staat gemacht. Schaut auch mal gerne rein, halte ich für sehr wichtig, was David Dürr da sagt, sehr spannend auf jeden Fall. Dann haben wir auch GZ, GZ, ja, ich finde GZ ja eigentlich ganz toll, weil bei der GZ sieht eigentlich jeder, dass wenn Geld per Zwang und Gewalt eingezogen wird, dass es immer zur Ressourcenverschwendung kommt. Das habe ich ja gerade auch schon bei der Bildung und bei den Straßen ausgeführt. Aber bei der GZ, dann sieht man, dann zahlt er, ich glaube, 17,50 Euro im Monat dafür. Und die kommen trotzdem mit dem Geld nicht aus. Die haben Milliarden an Pensionsrückstellungen oder Pensionsverpflichtungen. Die Leute werden fürstlich bezahlt. Ja, wenn man auch sieht, wenn ich zum Beispiel hier Interviews mache, dann bin ich dann dabei, derjenige, der die Interviews führt. Und Kameramann, wenn GZ-Fernsehen jemand interviewt, dann machen sie es mit gleich irgendwie acht bis zehn Leuten. Natürlich kostet das und dementsprechend, ich sage immer, wie gesagt, wenn Geld per Zwang und Gewalt eingezogen wird, dann kommt es immer zur Ressourcenverschwendung. Und insofern finde ich auch die GZ hier sehr schön. Die GZ verdeutlicht das eigentlich für jeden. Insofern, wer die GZ nicht mag, der sollte auch den ganzen Staat ablegen. Und dann haben wir natürlich auch eine riesengroße, aufgeblasene Bürokratie. Wir sehen ja halt, der Staat kommt jedes Mal mit neuen Gesetzen, lässt sich jedes Mal was Neues einfallen. Und es ist natürlich so, wenn man erstmal da tausend Leute sitzen hat, die muss man natürlich immer irgendwie beschäftigen. Ja, und wenn wir uns das einfach mal anschauen, was hat denn die Menschheit wirklich vorangebracht? Dann sehen wir zum Beispiel die Elektrizität, die hat Edison oder Edison damals erfunden. Flugzeuge, die Brüder Wright, Autos für den Massenmarkt, hat Henry Ford damals hergestellt. Oder aus Smartphones durch Steve Jobs. Das sind zum großen Teil Männer, die einfach tolle Ideen hatten, die gesagt haben, okay, da können wir Geld mitverdienen. Unternehmer sind letztendlich immer Problemlöser. Steve Jobs ist hingegangen, hat gesagt, wie können wir die ganzen Geräte, die jeder hat, eine große Kamera, einen großen Computer, wie können wir das alles in ein kleines Telefon packen. Kam dann mit dem iPhone, hat dann da den Markt revolutioniert, damit auch sehr reich geworden. Aber natürlich, die Leute sind noch bereit, nur 1.000, 1.500 Euro für ein Handy auszugeben, wenn sie sagen, sie haben da einen Vorteil von. Insofern hier auch nicht Politiker und Bürokraten haben die Menschheit vorangebracht, sondern schaue Menschen, die dann auch ein Profitinteresse haben. Ich habe auch hier mal ein Video zum bösen Profit gemacht. Das ist ja auch mal total verrufen. Und ich sage, Profit ist gerade in einer freien Gesellschaft extrem wichtig. Ja, zu Smartphones auch nochmal, da hat Titus Gebel in seinem schönen Buch Freie Privatstätte, das habe ich leider gerade ausgeliehen, kann ich also nicht in die Kamera halten, muss ich hier einblenden. Was das ist, da gleich nochmal mehr zu. Da hat er auf jeden Fall schön geschrieben, wir erhalten nicht bessere Mobiltelefone, weil wir als Aktionäre auf der Hauptversammlung mitbestimmen können, sondern weil jeder Einzelne das von ihm gewünschte Produkt kaufen kann und schlechtere Mobiltelefone irgendwann nicht mehr nachgefragt werden. Weil das alle anderen auch so machen, gibt es heute hervorragende und preisgünstige Geräte. Selbst arme Menschen in Entwicklungsländern können sich inzwischen Mobiltelefone mit umfangreichen technischen Fähigkeiten leisten. Das funktioniert deshalb so gut, weil die Lösungsfindung auf dem Markt ein evolutionärer Prozess ist, der durch Mutation, Versuch und Irrtum, Selektion, Profitabilität oder Pleite und Reproduktion, Nachahmung erfolgreicher Lösungen stattfindet. Und dann kommt natürlich immer der Einwand, ja, die Menschen, die sind noch nicht schlau genug, um vernünftige Entscheidungen zu treffen, aber jeder, der das sagt, der muss eigentlich auch ein Gegner der Demokratie sein, weil wenn du deinen Nachbarn nicht zutraust, vernünftige Entscheidungen zu treffen, warum soll er dann gerade am Wahltag die richtige Person, die richtige Partei wählen. Insofern, ich sage immer, die Menschen, die können bei Kleidung, bei Autos, bei Freunden, bei den Ehepartnern, bei Reisen, bei Finanzanlagen, bei Versicherungen, bei Wohnungen, bei Hobbys, bei Elektrogeräten oder allgemein, wenn sie in den Supermarkt gehen, dann können sie aus ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten auswählen und machen das auch, was sehr gut klappt. Aber gerade bei staatlichen Leistungen, Aktivitäten, dann sagt man, da muss der Staat für die Leute entscheiden, dann müssen wir es demokratisch abstimmen. Ich sage immer, wenn man den Menschen einfach nur zutraut, eigenverantwortlich zu handeln, dann wird auch die Gesellschaft ganz anders aussehen, dann hätten wir viel mündigere Menschen und nicht so wie in der Demokratie, wo sie einfach, wie schon gesagt, von vorne bis hinten abgesichert sind, wo sie überall Auffangnetze haben, wo sie auch einfach dazu eingeladen werden, eine zweite Kindheit zu durchleben. Hier wollen wir uns einfach mal die staatliche Einmischung genau anschauen. Hier habe ich mal eine kleine Grafik, die habe ich auch schon mal in anderen Videos besprochen. Da haben wir auf der linken Seite haben wir den Kapitalismus und auf der rechten Seite haben wir den Sozialismus. Um das einfach mal zu definieren, kann man ganz einfach sagen, Kapitalismus heißt Privateigentum und Vertragsfreiheit und Sozialismus heißt Gemeinschaftseigentum, wo alles zentral planerisch vom Staat bestimmt wird. Man muss auch zu Kapitalismus sagen, Kapitalismus heißt natürlich Ismus, aber es ist eigentlich kein Ismus, das ist eigentlich nur ein Begriff der politischen Gegner. Das ist kein System, was irgendwie erfunden wurde, wie der Sozialismus. Das ist also keine Erfindung, sondern eine Entdeckung. Da hat ja Adam Smith, hat damals einfach nur das, was er vorgefunden hat, hat er beschrieben. Im Gegensatz da zum Beispiel Marx, der hat halt einfach sich ja eine Utopie vorgestellt, hat da ein System sich ausgedacht, was möglichst gerecht ist. Und insofern kann man auch sagen, Kapitalismus ist so die natürliche Ordnung, die sich einstellen würde, wenn die Menschen einfach Eigenverantwortung haben, sich selbst organisieren würden. Oder man kann auch sagen, Kapitalismus ist der Organismus, der sich selbst organisiert. Oder Sozialismus ist wie eine Organisation, wo halt alles ganz straff, hierarchisch durchgeplant ist, von oben nach unten. Und natürlich auch, wenn es da irgendwelche Veränderungen gibt, natürlich kann die Masse, kann da viel schneller auf Veränderungen reagieren. Ja, und wie zentrale Pläne eigentlich nach hinten losgehen können und auch immer wieder nach hinten losgehen, das sieht man, wenn man hier in das Schwarzbuch des Kommunismus reinschaut, auch sehr zu empfehlen, das Buch, da ist eigentlich so, ja von allen kommunistischen Experimenten, ist da nochmal ganz ausführlich drüber geschrieben, was dann da passiert ist. Wir hatten zum Beispiel unter Mao, wo ja Millionen von Menschen ums Lebensgekommen sind, hatten wir dann den großen Sprung nach vorne. Der große Sprung nach vorne hat nicht geklappt. Man wollte dadurch die, ja, die wirtschaftliche Spitzenposition auf der Welt einnehmen. Aber dadurch, dass es da alles nach hinten losgegangen ist, sind da Millionen von Menschen verhungert und natürlich auch politische Gegner wurden einfach beseitigt. Und da ist natürlich auch, wenn ein zentraler Plan scheitert, dann leiden da Millionen von Menschen drunter. Wenn aber die zentrale Pläne sind, wenn zum Beispiel ein Unternehmer eine falsche Entscheidung trifft, wenn er falsche Produkte verkauft oder die falschen Leute eingestellt hat, dann geht der Unternehmer pleite oder hat da finanzielle Einbußen bei und nicht die ganze Gesellschaft. Insofern, Organisation versus Organismus, da ist halt immer, ja, die natürliche Ordnung, dass sich natürlich, der natürlich organisierende Organismus, der hat ja immer einen klaren Vorteil im Gegensatz zu dieser straffen Organisation. Ja, und um zu schauen, wo wir auf dieser Skala liegen, ob wir mehr Kapitalismus, oder Sozialismus haben, da sage ich immer, da kann man sich zuerst einmal die Staatsquote und die tatsächliche Steuern- und Abgabenlast anschauen. Man muss die Staatsquote anschauen, dann sehen wir hier, man erwartet jetzt für 2020, erwartet man eine Staatsquote von 54,2 Prozent. Wenn wir sehen, 1960 lag die noch viel, viel tiefer bei 32,9 Prozent. Und wenn man natürlich, wir gehen nochmal zurück, wenn man sieht, wir haben eine Steuern- und Abgabenlast von 60 bis 85 Prozent, da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Wenn man das sieht, dann würden wir wahrscheinlich, ja, ich sage immer, dann sind wir fast schon im Sozialismus, dann leben wir im, ja, Neo-Sozialismus, wo wir zwar noch Privateigentum haben, aber wo der Staat immer mehr von deinem Geld wegnimmt und zentral planerisch oder nach seinen Vorstellungen ausgibt. Kapitalismus wäre halt einfach 0 Prozent Steuern, du kannst dein ganzes Geld behalten und entscheidest, wofür du das ausgibst. Das ist dann das Gleiche wie Libertarismus, also 0 Prozent Steuern, keine staatlichen Eingriffe und Liberalismus ist dann eher so, ja, ein kleiner staatlicher Ordnungsrahmen, wo man vielleicht, ja, eine Staatsquote von 10 bis 30 Prozent hat. Da gab es ja auch damals Ludwig Erhard, der Vater des deutschen Wirtschaftswunder, der hat auch ein schönes Buch hier geschrieben, Wohlstand für alles, auch sehr zu empfehlen, liest sich sehr gut. Da gab es dann halt wirklich nur, ja, einen kleinen Ordnungsrahmen, er wurde ja auch von Willem Röpke, wurde er der beraten. Willem Röpke hat auch damals gesagt, wenn der Staat 30 bis 40 Prozent des Volkseinkommens durch Zwangsabgaben aller Art in Anspruch nimmt, so wird die Marktwirtschaft zersetzt und schließlich gelähmt. Oder Helmut Kohl soll mal gesagt haben, dass wenn wir eine Staatsquote über 50 Prozent haben, dann befinden wir uns im Sozialismus. Wie gesagt, jetzt 2020 wird eine Staatsquote über 50 Prozent erwartet und wenn man sich die Steuern und Abgabenlast anschaut, dann sind wir da noch viel, viel weiter im Sozialismus. Hier auch noch mal ganz kurz zu Ludwig Erhard. Ludwig Erhard, der gilt ja auch immer als der Vater der sozialen Marktwirtschaft, aber wenn man da mal genauer hinschaut, dann weiß man, dass Ludwig Erhard sich gegen diese Bezeichnung immer gewehrt hat. Er hat in einem Brief an Hayek hat er geschrieben, ich meine, dass der Markt an sich sozial ist, nicht, dass er erst sozial gemacht werden muss. Je freier die Wirtschaft, umso sozialer ist sie auch. So, und das ist genau das, was ich sage. Je mehr Eigenbestimmung, je freier die Wirtschaft, desto freier sind auch die Menschen. Unter Ludwig Erhard galt auch damals so die Maxime, so viel wirtschaftliche Freiheit wie möglich, so viel Staat wie nötig. Heute hat sich das eigentlich schon gewandelt, wo man dann sagen kann, so viel wirtschaftliche Freiheit wie nötig, so viel Staat wie möglich. Man hört dann auch immer wieder, ja, was beschwerst du dich denn immer? Uns geht es doch gut, wir leben doch nicht im Sozialismus, wir leben doch in einem freien Land. Aber wenn man sich einfach mal die harten Fakten anschaut, dann sehen wir, dass Deutschland in Europa, das Land ist, mit der höchsten Steuern- und Abgabenlast, ich glaube jetzt sogar weltweit, wir haben das geringste Rentenniveau, wir haben die geringste Wohnungseigentumsquote und die Deutschen haben auch in Europa, ja, das wenigste Vermögen. Und hier möchte ich auch noch mal ganz kurz auf den Neoliberalismus eingehen. Ich habe da ja auch mal mehrere Videos zu gemacht, vor allem auch zu der Anstalt, wo man dann gesagt hat, die Mont-Pölerins-Society, die von Friedrich August von Hayek gegründet wurde, die will die neoliberale Agenda durchsetzen und wir leben jetzt also im Neoliberalismus. Wenn man sich damit auseinandersetzt, da könnte man Neoliberalismus eigentlich eher so ziemlich weit links hier einordnen. Also Friedrich August von Hayek, Friedrich oder Wilhelm Röpke, die waren halt alles, ja, die Ordo-Liberalen, die sagen, wir brauchen einen kleinen Staat, der halt einfach nur einen Ordnungsrahmen setzt. Und auch wenn man sich Friedrich August von Hayek anschaut, sein letztes Werk war der Denationalisation of Money, also die Entnationalisierung des Geldes. Und wir sehen ja auch gerade, in Europa haben wir den Euro, eine zentralistische Währung, die durch eine zentrale Zentralbank, durch die Europäische Zentralbank, gelenkt wird. Und insofern sehen wir auch, dass wir vor allem in Europa, wir haben ein monopolistisches Geldsystem und wir haben da nicht so, wie es auch früher war, vor der Euro eingeführt wurde, dass wir viele verschiedene Währungen haben, dass wir Zentralbanken haben, die diese Währung steuern. Das ist nicht mehr so. Insofern Neoliberalismus ist auch wieder so eine linke Verschwörungstheorie, die ja von den eigentlichen Sachen ablenken soll. Ansonsten war es auch zum Beispiel im Deutschen Kaiserreich so, wo wirklich eine ganz kleine Staatsquote war. Ich glaube, da war nur eine Steuer- und Abgabenquote, Quote von 5 bis 10 Prozent. Natürlich war da nicht alles optimal, da gab es dann auch so weit ich weiß eine Impfpflicht, aber auf jeden Fall war der Staat deutlich kleiner. So, dann gibt es noch ein tolles Buch, Rainer Zittelmann, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Und zwar, das ist einfach so eine Zeitreise durch fünf Kontinente. Rainer Zittelmann war auch früher selbst ein strammer Marxist, der sich dann halt einfach als promovierter Historiker und Soziologe hat er sich hingesetzt und hat einfach geschaut, was hat in der Geschichte besser geklappt. Mehr Markt oder mehr Staat. Besonders spannend sind dann da so die Beispiele, wo er zum Beispiel Ost- und Westdeutschland miteinander vergleicht oder Nord- und Südkorea. Das war halt, ja, in beiden Fällen waren das sozusagen Laborbedingungen, wo man das gleiche Volk hatte, wo man die gleichen Ausgangsbedingungen hatte, wo man halt einfach nur in den unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Systeme ausprobiert hat. Wir wissen es, in Westdeutschland mit Ludwig Erhard eher sehr marktwirtschaftlich orientiert, in der DDR Sozialismus. So, und wie war es dann, als die Mauer runtergegangen ist? Was hat man dann gesehen? Die Produktivität im Osten, die war nur ein Bruchteil von dem, was es im Westen war. Der Lebensstandard war extrem gering. In der DDR gab es auch einen riesengroßen Überwachungsstaat. Die Stasi war überall, Blockwarte überall. Da sieht man halt auch, je größer der Staat ist, desto mehr muss man seine Leute kontrollieren, bevormunden. Man konnte nicht ausreisen und auch die ganze Infrastruktur war total marode. Da musste man dann so viele Gebäude all abreißen, weil sie halt einfach so heruntergekommen waren. Die konnte man gar nicht mehr sanieren. So, insofern, Rainer Zittelmann auch eine Buchempfehlung, wo man diesbezüglich mal reinschauen kann. Was ich auch besonders spannend fand, in dem Buch, Zittelmann habe ich übrigens auch mal interviewt hier, bevor ich es vergesse. Das war halt das Beispiel mit China. China hat ja auch durch seine großen maoistischen Sozialexperimente, ja eigentlich das ganze Land, das wurde gegen die Wand gefahren, lag wirtschaftlich am Boden. Viele Chinesen waren vom Hunger bedroht und was haben die Chinesen dann damals gemacht? Und hat Deng Xiaoping, nachdem das mit Mao alles vorbei war, hat Deng Xiaoping, hat dann Kommissionen zusammengestellt, die sind dann um die ganze Welt gereist und haben geschaut, okay, was funktioniert ganz gut und was funktioniert nicht so gut. Und dadurch kam es dann, dass man die sogenannten Sunderwirtschaftszonen errichtet hat. Das sind auch die ganzen Unternehmen, die ganzen Menschen, sind in diese Sunderwirtschaftszonen gezogen, wo man viel verdienen konnte, wo dann auch die Lebensstandards der Menschen sich extrem verbessert haben. Und so kam es dann, dass in China immer mehr Sunderwirtschaftszonen kamen und China heute eigentlich, ja, der Kapitalismus hat es da ermöglicht, dass da Millionen von Chinesen aus bitterster Armut herausgekommen sind. Natürlich, klar, die haben halt immer noch ihre kommunistische Partei in China, der an der Macht, die, ja, die da Umerziehungslager haben, die eine sehr strenge Kontrolle haben. Wir wissen das mit dem Social Scoring System, aber man hat es halt geschafft, durch ein bisschen Kapitalismus den Wohlstand extrem zu steigern. Roland Bader sagt auch, den Wohlstand, den wir in Deutschland haben, das ist immer nur der Rumpfkapitalismus. Da sieht man, dass noch ein bisschen Kapitalismus noch zu so viel Wohlstand führt. Und man kann sich gar nicht ausdenken, wie viel Wohlstand wir haben würden, wenn man diesen Kapitalismus noch mehr zulassen würde, wenn man halt einfach die freie Interaktion zwischen Menschen unbehindert vonstatten gehen lassen würde. Ja, dann gibt es ja auch spannende Institute, die Karten veröffentlichen beziehungsweise Statistiken mit der wirtschaftlichen Freiheit. Das ist einmal von der Heritage Foundation. Ich verlinke das natürlich auch unten. Da sieht man, dass vor allem in den armen Ländern wie Afrika, Südamerika, da herrscht sehr wenig wirtschaftliche Freiheit. Hier zum Beispiel Sudan oder hier der Kongo oder hier Bolivien. Da sieht man auf jeden Fall eine klare Korrelation zwischen den Ländern, die eine hohe wirtschaftliche Freiheit haben, wie zum Beispiel die USA oder Nordeuropa. Wir sehen hier Deutschland, Skandinavien, England oder Australien oder Chile. Chile habe ich auch immer ein Video über Neoliberalismus angesprochen. Das sind so die Länder, die haben alle eine relativ hohe wirtschaftliche Freiheit und da sieht man auch eine starke Korrelation zwischen wirtschaftlicher Freiheit und dem allgemeinen Wohlstand der breiten Masse der Menschen. So und da ist es halt einfach, wie schon gesagt, das hat man auch in China gesehen, dass sobald man Kapitalismus hat, ermöglicht das einfach, dass die breite Masse immer reicher, immer wohlhabender werden, weniger arbeiten müssen. Und ja, darum geht es halt einfach gerade, wo ich sage, ich möchte auch in einer Gesellschaft leben, wo man nicht 40, 50 Stunden die Woche arbeiten muss, wo eigentlich beide Partner arbeiten gehen müssen, um eine Familie zu ernähren, um ein Haus zu finanzieren. Das hat natürlich mit den hohen Steuern und Sozialabgaben zu tun, mit der großen Inflation. Früher im Kaiserreich zum Beispiel oder unter Ludwig Erhard sah das alles noch ganz anders aus. Da konnte die Frau zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern, wenn sie denn wollte und es ist noch genug Geld übrig geblieben. Insofern, darum geht es gerade für mich, wo ich immer sage, erst mal muss der Bauch gefüllt sein, dass man natürlich dann auch sich spirituell weiterentwickeln kann, dass man ja damit seinen Liebsten Zeit verbringen kann, dass man seinen Hobbys nachgehen kann, dass man sich weiterbilden kann und so weiter. Kommen wir hier zu einem Mann, der mich sehr inspiriert hat, Ludwig von Mises. Also ich rede ja auch in vielen von meinen Videos von Ludwig von Mises. Ludwig von Mises hat 1922 die Gemeinwirtschaft geschrieben. Da hat er eigentlich ausgeführt, dass Sozialismus unter den besten Bedingungen nicht auszuführen ist, weil halt einfach das Privateigentum fehlt. Er sagt ja vor allem, wenn die Produktionsmittel in Gemeinschaftseigentum sind, dann hat man keine Wirtschaftlichkeitsrechnung, wo man dann sehen kann, wenn die Maschinen von einem Staat hergestellt werden und auch verwendet werden, da hat man natürlich keine Marktpreise und dadurch, dass man keine Marktpreise hat, muss man halt einfach schätzen und dadurch weiß man nicht, wie man die Ressourcen optimal einsetzt. Also ich glaube, Roland Bader hat das irgendwo mal geschrieben. Roland Bader ist auch, wie Ludwig von Mises, Ludwig von Mises ist der bekannteste Vertreter der österreichischen Schule, der Nationalökonomie. In der Tradition ist auch Roland Bader. Der hat immer so schön gesagt, oder der hat mal so schön beschrieben, dass in der Sowjetunion damals, dass man die Preise aus dem Westen nehmen musste, dass man aus den amerikanischen Warenhauskatalogen die Preise genommen hat. Er hat dann halt 1929 Kritik des Interventionismus beschrieben. Da hat er halt gesagt, dass jegliches staatliches Eingreifen zweckwidrig ist und dazu führt, dass da neue Probleme entstehen. Diese Probleme, da muss der Staat dann wieder eingreifen. Das führt dann zu der sogenannten Interventionsspirale, wo dann zum Schluss der totalitäre Staat steht, der überall eingreift. Wir sehen das jetzt zum Beispiel auch durch den, wir sehen das jetzt zum Beispiel auch auf dem Wohnungsmarkt. Da ist es ja auch so, dass der Staat durch seine Geldpolitik, durch seine Wohnraumpolitik und auch dadurch, dass man dauernd mit neuen Bauvorschriften kommt. Wir sehen das ja auch mit den ganzen Dämmvorschriften und so weiter. Das macht natürlich das Bauen extrem teuer und jetzt, wo dann die Preise immer weiter durch die Decke gehen, wo der Markt halt einfach nur reagiert, da kommen dann die Politiker und sagen, wir brauchen eine Mietpreisbremse oder jetzt in Berlin sogar ein Mietendeckel, wo dann für die nächsten fünf Jahre oder sind jetzt sogar zehn Jahre die Mieten eingefroren werden. Und dann hat Ludwig von Mises 1949 all seine Theorien nochmal wissenschaftlich begründet. Das Problem bei Geisteswissenschaften ist ja, dass man es nicht so wie in den Naturwissenschaften falsifizieren kann. Bei den Naturwissenschaften kann man ja Experimente ausstellen, die man dann immer wiederholt und schaut, ob das gleiche Experiment dabei rauskommt. Das geht natürlich bei Geisteswissenschaften nicht so einfach. Klar, man kann natürlich, so wie Zittelmann das gemacht hat, man kann es natürlich historisch vergleichen, aber natürlich jedes Mal solche Experimente wie in der Sowjetunion oder wie in China auszuprobieren, wo dann nachher ja riesengroße Leichenberge zurückbleiben, das will man natürlich nicht machen. Insofern hat Ludwig von Mises mit Human Actions seine Praxologie entwickelt, wo auf sogenannten a priori Annahmen dann Kapitalismus als das einzig durchführbare System hat er da hergeleitet. Darüber habe ich auch hier mit Andreas Thielke gesprochen. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr wissen wollt, was diese Praxologie, was das überhaupt bedeutet. Ja, Ludwig von Mises hat ja auch hier ein schönes Zitat von sich gegeben. Liberalismus und Kapitalismus wenden sich an den kühlen, ruhig abwägenden Verstand. Sie gehen streng logisch vor, sie schalten mit Bewusstsein alles aus, was nur zum Gefühl spricht. Anders der Sozialismus. Er sucht durch Gefühlseindrücke zu wirken, will die logische Erwägung durch Erregung des Interesses vergewaltigen, die Stimme der Vernunft durch Erweckung primitiver Instinkte übertönen. Wer die Instinkte der Massen aufpeitsche, habe immer mehr Aussicht auf Erfolg als der, der zu ihrem Verstand sprechen will. Die Aussichten des Liberalismus im Kampf mit dem Sozialismus zu bestehen, seien daher recht ungünstig. Das hat er 1922 in die Gemeinwirtschaft geschrieben und da sieht man auch wieder so schön, ja heute die Grünen, ja wir müssen was fürs Klima tun und die Bösen Reichen, das ist natürlich immer, man spricht zu den Emotionen oder jetzt auch mit der Mietpreisbremse, da sagt man, ja die bösen Spekulanten, nur die sind schuld, dass die Preise weiter steigen. Da wären natürlich, wie er hier sagt, das sind alles sozialistische Ideen, wo man zu den Emotionen spricht, wo man ja primitive Instinkte erwecken will. So jetzt nochmal zum Schluss, wie meine ideale Welt aussehen würde. Da beziehe ich mich auch immer auf Hans-Jermann Hoppe, der sagt ja auch immer, er will ein Europa, der tausend Lichtensteine haben, wo es dann tausend verschiedene Kleinstaaten gibt. Da ist es ja auch so, wir sehen halt auch, dass die kleinsten Staaten der Welt, ob es Schweiz, Singapur, Hongkong, das sind gerade die erfolgreichsten, oder Lichtenstein. Da Hoppe argumentiert auch so schön, dass wenn denn halt ein Staat diktaturisch wird oder eine hohe Steuer- und Abgabenlast hat, dann kann man einfach mit den Füßen abstimmen. Ja, früher war es zum Beispiel so, bevor die ganze Steuerharmonisierung, die ganze Durchregulierung in der EU immer mehr Fahrt aufgenommen hat. Wenn man als Deutscher an der hohenländischen Grenze gewohnt hat, da konnte man durch einen Umzug nach Holland, konnte man dann ja seine Lebenssituation verbessern, man zahlte dann weniger Steuern oder auch umgekehrt, je nachdem, was man da für Einkünfte hatte. Das haben auch viele Leute gemacht oder auch sieht man heute noch im Grenzgebiet mit der Schweiz, wo viele Leute in der Schweiz arbeiten, in Deutschland wohnen. Insofern, das geht aber heute alles in Europa nicht mehr, wo wir immer mehr sehen, dass immer mehr zentralisiert, immer mehr harmonisiert wird, anstatt dezentralisiert wird. Und auch wenn man sich das anschaut, heute so die Gräber, die werden natürlich mit Sozialisten immer tiefer, wenn man sich mit denen unterhält. Die wollen natürlich alle was für den Klimawandel machen. Die sehen Kapitalismus als ganz, ganz böse an. Multikulti wollen die überall, wo ich sage, können sie gerne haben, aber ich möchte dann gerne nicht mit denen in einem Land wohnen. Und dann kann man auch sagen, okay, ihr habt hier einen Staat, probiert da gerne eure sozialistischen Utopien aus, auch gerne BGE und alles und Mindestlohn von 50 Euro. Ich als jemand, der sich viel mit Ökonomie auseinandergesetzt hat, ich weiß, dass das alles nicht klappen wird, aber ja, wo ich sage, jeder sollte das Recht haben, auch zu scheitern. So, da als Beispiel das Kaiserreich. Kaiserreich war ja damals auch ein, das waren ja 25 unabhängige Staaten, soweit ich weiß, oder Titus Gebel, freie Privatstädte. Titus, den habe ich auch hier in meinem Interview gehabt, der hat jetzt auf Honduras, startet ja ein Projekt, das nennt sich Free Private Cities, wo man dann nicht Bürger ist, sondern wo man einen Vertrag mit einem Staat hat, wo der Staat wirklich nur die Infrastruktur und Rechtsprechung stellt und Sicherheit, wirklich nur die grundlegenden Funktionen und wenn er diese Leistung, die man vertraglich dann zugesichert bekommt, nicht erfüllt, kann man den Staat verklagen. Das ist ja in Deutschland gerade so, wenn der Staat was verspricht, verspricht immer was, aber einhalten muss er nicht. In meiner idealen Welt, dann würde ich auch am liebsten in ein Land ziehen, was ganz, ganz wenig Staat hat, wo wirklich auch Sicherheit, Rechtsprechung, alles von privaten Unternehmen erledigt wird, auch kulturelle Homogenität halte ich für sehr wichtig, dass es da möglichst homogen ist. Da hat auch Hans-Jermann Hoppe hier wieder in Demokratie der Gott, der keiner ist, hat er so schön geschrieben, im Gegensatz zum gegenwärtig modischen Multikulturismus darf hier darauf hingewiesen werden, dass keine multikulturelle Gesellschaft und besonders keine demokratische jemals von längerer Zeit friedlich geblieben ist. So, da führt er dann aus jüngster Zeit, da sehen wir Eritrea, seit 1952 von Äthiopien beherrscht, trennte sich im Jahr 1993, dann sehen wir die Tschechoslowakei, die Sowjetunion, Jugoslawien, Libanon, Zypern, Malaysia, Singapur und da meint er, die Liste setzt sich mit Fällen fort, die noch nicht gelöst worden sind, Indien und die Schicks und Kaschmirs, Sri Lanka und die Tamilen, da war ich ja gerade auch erst in Sri Lanka, Türkei, da mit den Kurden und Aramean, Irak, Iran und die, ja, da auch mit den Kurden, Sudan, Schad und Araber gegen Schwarze, Nigeria und die Ibis, Nordirland und die Katholiken gegen die Protestanten, Belgien und die Flamen gegen die Wallonen, Italien und die deutschsprachenden Südtiroler, Kanada und die Franzosen gegen die Ennender. Als Argument führt er an, dass Multikulti funktionieren kann, wird dann die Schweiz genannt, da sagt er aber auch, das ist nicht so, die Schweiz, sie hat da 26 verschiedene Kantone, wovon die meisten ethisch sehr homogen sind, 17 Kantone sind fast ausschließlich deutsch, 4 Kantone sind fast ausschließlich französisch und ein Kanton ist hauptsächlich italienisch. Nur 3 Kantone sind zweisprachig, das schweizerische ethische Gleichgewicht ist im Wesentlichen stabil geblieben und es gibt nur eine kleine Menge interkantonaler Wanderbewegungen. Selbst unter diesen günstigen Umständen, selbst unter diesen günstigen Umständen erlebte die Schweiz einen erfolglosen, gewaltsam unterdrückten Sezessionskrieg, den Sonderbundskrieg von 1847. Nochmal zur kulturellen Homogenität, ich habe jetzt auch den Lockdown in Afrika, der erlebt, da war ich in Uganda und haben ja auch viele Einheimisch gesagt, ja, bleib doch hier, kauf dir doch mal ein Haus und such dir eine ugandische Frau. Aber ja, ich natürlich erst mal, ich als weißer Mann bin natürlich nicht für die Temperaturen gemacht. Ich bin natürlich dadurch, dass ich weiß und hellhäutig bin, da bin ich natürlich auch für die kalten Temperaturen in Norddeutschland gemacht. Und natürlich ist es auch eine komplett andere Kultur. So, und wir sehen hier auch gerade, ja, dadurch, dass es immer mehr vermischt wird, führt es zu Problemen, wo die Leute auch, zum Beispiel die Kurden gegen die Türken, ihre Probleme hier mit nach Deutschland bringen. Hier in Hamburg ist es öfter hier am Steindamm, wo Kurden und Türken aufeinander losgehen. Und ja, insofern kulturell möglichst homogen, würde ich mir das wünschen. Aber natürlich hätte ich nichts dagegen, wenn dann irgendwelche Linken sagen, wir wollen die halbe Welt einladen, können sie gerne machen. Nur ich meine, dass es, ja, dass das zu Problemen führen wird. Und da hätte ich ganz gerne eine Leitkultur. Ja, wichtig ist mir dann auch, in dem Staat, wo ich wohnen möchte, ist ein freier Waffenbesitz. Wir sehen hier auch historisch, dass alle Massenschächter der Geschichte, ob es Stalin, Mao oder Hitler waren, die haben zuerst den Menschen die Waffen abgenommen. Du kannst ja auch mal bei Wikipedia nachschauen. Da findest du was von der Entwaffnung der Juden. Insofern freie Menschen müssen sich auch verteidigen können. Und wie kommen wir dahin zu dieser liberalen Welt, zu dem Europa, der Tausendnichtenstein? Das ist meiner Meinung nach mit Sezessionen. Da sehen wir ja auch in Europa jetzt Brexit zum Beispiel, Schottland, da wird auch immer darüber diskutiert, ob die unabhängig wären. Wir sehen es mit dem Baskenland oder Katalonien oder wir sehen es in Tirol. Da gibt es überall Unabhängigkeitsbewegungen und auch, wenn ich sage, zum Beispiel bei den Katalogenen, die sind ja sehr sozialistisch. Da hat ja auch George Orwell damals in Hommage to Catalonia drüber geschrieben, über das katalonische Experiment. Ja, und auch wenn ich der Meinung bin, dass deren Ideen nicht funktionieren werden, wo ich sage, probiert es gerne. Das ist dann nur Vorbild für andere, es anders und besser zu machen. Ja, ich habe jetzt auch schon ein paar andere Bücher empfohlen, die ich immer mal wieder in die Kamera gehalten habe. Was ich dir da als Einstieg in das Thema auch noch mal weiter empfehlen kann, ist erst mal das Buch von Titus Gebel. Hatte ich ja schon gesagt, das ist so eine schöne Einführung in den Liberalismus und warum Demokratie eigentlich nicht das ideale System ist. Ansonsten bin ich auch ein großer Fan von Roland Bader. Da gibt es hier das Kapital am Pranger, ein Kompass durch den politischen Begriffsnebel. Von Roland Bader gibt es auch auf Roland Bader.de oder unten wieder bei mir verlinkt. Gibt es auch das kostenlose Buch Kreide für den Wolf. Also das war damals mein Einstiegsbuch. Auch, ja, ich glaube, von Roland Bader habe ich fünf, sechs Bücher gelesen. Ich bin ein riesengroßer Fan von ihm. Und dann gibt es hier auch von Oliver Janich das Kapitalismus-Komplott. Oliver Janich, der wird, der eine oder andere wird den wahrscheinlich auch kennen. Der hat auch einen YouTube-Kanal. Ich beziehe mich auch öfter auf ihn. Er hat mich damals zum Libertarismus gebracht, dadurch, dass er mit Petra im Schalljahr diskutiert hat. Und hier, das ist eigentlich auch ein schöner Einstieg, wo er so einen Rundumschlag macht. Er spricht halt auch die sogenannten Verspürungstheorien an mit Council of Foreign Relationships, Rockefeller-Klan, Neue Weltordnung. Aber das halt alles auch mit sauberer Quellenarbeit. Insofern, das Buch kann ich empfehlen. Alles auch unten in der Beschreibung verlinkt. Also, das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, was ich so für eine Weltsicht habe, wie ich mir das mit dem Libertarismus vorstelle. Da kann man natürlich noch ganz viele andere Sachen zu sagen. Es kommen natürlich auch oft immer solche Fragen wie, wer baut denn die Straßen? Wer kümmert sich um die Armen? Wer beschützt uns, wenn ein böser, diktatorischer Staat uns angreift? Das sind natürlich alles Fragen, wo man im Detail drauf eingehen kann. Aber wo ich sage, letztendlich muss man sich da einfach nur mal ein bisschen mit beschäftigen, ein bisschen tiefer reingehen. Und dann sieht man, dass das meiner Meinung nach alles Hand und Fuß hat. Insofern, ich bin gespannt, ob ihr meinen Ausführungen dazu stimmen könnt oder ob ihr da eine ganz andere Meinung seid. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.